Happy Halloween, meine sehr lieben Listen! Willkommen zu Fortnite. By the way, im Itemshop gibt es den Ghoul Trooper jetzt zu kaufen. Wer sich den gönnen möchte, wo es noch nicht getan hat, kann ja gerne meinen Creator-Code eingeben. Nun zum eigentlichen Video. Finde das versteckte T im Ladebildschirm. Ihr wisst es ja, heute gibt es neue Aufgaben. Ihr müsst die ganzen Aufgaben erledigen, sodass ihr dann den Ladebildschirm bekommt. Und dort versteckt sich auch der Buchstabe T. Ich zeige euch jetzt gerne mal den Ladebildschirm. Sieht ja an sich recht fresh aus. Und wer von euch hat das T schon gefunden? Niemand? Kein Problem. Ich zoome da ein bisschen rein und mache sogar einen roten Kreis außenrum. Hier werdet ihr das T finden. Das befindet sich alles in Dirty Dogs. Wenn ihr auf dem Weg zu Dirty Dogs seid, werdet ihr zwei Kräne dort sehen. Einer davon hält ein Container. Und genau an diesem Kran findet ihr auch schon das versteckte T vom Ladebildschirm. Sollte eigentlich jeder relativ schnell finden. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß beim Erledigen der Aufgaben. Ich werde sie auch später dann noch machen. Also macht's gut. Haut's rein. Und ciao, ciao. Ciao. Ciao.